Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs riechen. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Riecht. Roch. Hat gerochen. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich rieche. Du riechst. Er riecht. Wir riechen. Ihr riecht. Sie riechen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich roch. Du rochst. Er roch. Wir rochen. Ihr rocht. Sie rochen. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe gerochen. Du hast gerochen. Er hat gerochen. Wir haben gerochen. Ihr habt gerochen. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich rieche. Du riechest. Er rieche. Wir riechen. Ihr riechet. Sie riechst. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich rieche. Du riechest. Er rieche. Wir riechen. Ihr riechet. Sie riechen. Den Schluss macht der Imperativ. Rieche du. Riechen wir. Riecht ihr. Riechen sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb riechen. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald. Daumen nach oben. David. Du riechst. Der Termin. Wir riechen. Das war unser kleines Lern.